Das absolute Highlight in der Zusammenarbeit mit Benjamin ist einfach, dass man das Gefühl hat, man ist auf Augenhöhe. Man ist ein guter Kumpel, man wird herzlich empfangen, man hat gar keine Scheu, sich irgendwie zu zeigen oder das Innerste nach außen zu kehren. Das ist wirklich super bei ihm. Gerade die Kombination von Fotografie und Coaching hat mich letztendlich dahin gebracht, die Fotos zu bekommen, die ich haben möchte. Wenn ich selber Fotos gemacht habe oder die einfach irgendwo bei dem nächsten Fotograf, dann war das Ergebnis meistens sehr schlecht. Hier kommt man ganz automatisch in die richtige Stimmung, um professionelle und exzellente Fotos aufzunehmen. In der Zusammenarbeit mit Benjamin hat mir am besten gefallen, dass er mich komplett durch die Session geführt hat und immer genau wusste, was ich an Fotos haben möchte.